Hallo und Herzlich Willkommen zur fünften Folge von Unturned mit Marc. Hallo. So, dann mal starten und wir haben jetzt hier, oh, wir haben jetzt hier ein Sandballbäcknissen gemacht und wir hatten einen Plan, aber wir wissen noch nicht, ob wir das wirklich machen. Also hier am Fenster kommt eine Plattform zu dem Tag. Hm, das hat jetzt Reit. Können wir hier Wasser auffüllen? Ja, da, guck mal rein. Hier ist schönes Wasser. Ich weiß, ich weiß. So. So, ich sitz drinnen. Ähm, kannst du mit dem Motor ziehen? Nee, wir müssen jetzt craften, oder? Ich komme nicht mehr raus. Weißt du, wie man eine Plattform craftet? Ich komme nicht mehr raus. Ernsthaft? Ich glaube schon. Hüpf. Nein, schon. Passiert nichts. Scheiße. Ja, ein Hüpf und mit und drück X als ducken. Du zuerst X oder dann? Und zuerst hüpfchen und dann ducken. Hab ich gerade gemacht. Ach, scheiße. Ich könnte auch, äh, Suizid drücken und dann sporn ich hier wieder hier, da können wir Sachen aufsammeln. Ja, wenn du das willst. Obwohl, dann sind meine ganzen Skills weg. Ich habe schon ziemlich arg gespielt. Ein Craftsman. Weil die Craftsman muss man spielen, um bestimmte Craftsman-Rezepte zu machen. Ja, ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich habe jetzt auch ein Crafting. Ja, meine Kettensähe liegt übrigens auf dem Brunnen. So. Zeig mir mal, wie man craften kann hier. Tab und unten auf Crafting. Ha. Wow. Ernsthaft. Du hast. Ah, ich habe es noch schon. Soll ich es Wort machen? Mark Schnitt. Okay. Mein Bruder ist gut. Das ist gut. Noch schnell, bitte. Herr Wurzsack, die Wundplätze ziehen. Kotz gekraftet, Addo, Michael. So, jetzt Bord machen. Hier zu. Das ist ja nur ein Teil meiner Kummer. Daniel, ich bin dran. Ja, wie schnell. und so sieht es was machen der machen also wie viele alle soviel du kannst ganz gern alle Loks und aus den Boards mache ich jetzt Bodenbleib also ich habe zu viel Boards gemacht genau und aus den Bodenbleibs mache ich Wundframes ich bin jetzt sicher ob man drei Wundframen drei Wundframen braucht und vier Wundframen oder umgekehrt also das war jetzt nicht mehr genau ein bisschen länger her als ich das gecraftet habe so fuck ich weiß nicht wie man das craftet ja ich schon also eine Plattform also eine Plattform ne das nicht toll geil wie macht man eine Plattform mein Leben jetzt schon wieder weniger komm schon ich weiß du musst du was trinken oder was essen oder oh ja essen warte ich lass mich umbringen okay ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche es war drei Wundframen 4 Wundframen ich bin nicht dort gespawnt jetzt sie mich verarschen ich bin nicht dort gespawnt sich vergessen ins Bett zu legen wie soll ich mich ins Bett legen mit F ja habe ich dann steht nur Rissu oder so oder wie steht da als ich habe ich viele Sachen hier liegen scheiß ich weiß nicht warte fuck wo bin ich ich glaube ich bin in der Stadt in der vorigen vorherigen als als das hat sie mich abholen ich will nicht laufen das ist sehr weit einfach nur zurückfahren ja warte mal kurz mehr in Charlotte Town ich habe keine mit mehr mit ja ich meine der Stadt mit den Containern am Hafen ja mit drei Containern ja okay kann man da reinzoomen nein wie weißt du dann dass da drei Container sind weil ich mir gemerkt habe wie die Stadt aussieht das geht auch ich bin ich bin ich habe eine Wolle war aber aber immer bin ich gestorben ich bin ich bin glaube ich habe noch immer ein Martin ich bin ich ich sehe dich nicht vielleicht weiter und ich fühle mich und bis zu sein und zeigt doch jetzt ja zu ihm das Auto ist langsamer als du als du Habe ich jetzt den Dimer gestellt Ja Okay Und ich habe gerade drauf gesehen Wie viele Sekunden haben wir noch, Mark? Rate Drei Vierzig Ja, ich sage jetzt schon mal Danke fürs Zusehen Sagt den Kanal Namen, euren Freunden Abonniert, kommentiert Wenn euch das Spiel und das Video gefallen hat Unten ein Like Bis zum nächsten Mal Tschüss, Elie Tschüss Tschüss